Schiff, Ahoi! Herzlich willkommen an Bord zur Modekreuzfahrt! Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Schiff, Ahoi! Oder besser gesagt, Mode, Ahoi! Wenn Sie jetzt das Modejournal von Ihrem GOP Warenhaus durchblättern, dann können Sie sich über die aktuelle Frühlingsmode 84 informieren. Und erst noch am spannenden Kreuzfahrtenwettbewerb mitmachen. Lassen Sie die Bordkarte aus dem GOP Modejournal in Ihrem GOP Warenhaus abstempeln und dann gewinnen Sie mit einem kleinen Glück eine tolle Kreuzfahrt auf einem Luxusdampfer im Mittelmeer. Aber auch die Kinder können wieder mitmachen. Holt euch in eurem GOP Warenhaus ein Schiffsmodell. Und dann bastelt mit viel Fantasie einen tollen Ozeandampfer, wie wir hier ein paar für euch aufgestellt haben. Die schönsten Modelle werden belohnt mit einer tollen Schiffsreise auf dem Vierwaldstättersee. Ahoi! Und jetzt ladet man Sie herzlich ein zur grossen Fahrt in Modefrühlig 84. Und jetzt ladet man Sie mit einer tollen Ozeandampfer. Und jetzt ladet man Sie mit einer tollen Ozeandampfer. mit einer tollen Ozeandampfer, mit einer tollen Ozeandampfer und kleinere Ginkpfe. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie wollen frische Mode in die Luft schnuppern, dann gehen Sie Ihres Gobe Warenhaus. Und zwar im St. Annahof in Zürich, Burg Biel, Kiburg Thun, Rifflihof in Bern, die allen Gobe-City-Warenhäuser und ab dem 22. März im VE in Basel. Mode, Ahoi! Guten Abend miteinander. Kennen Sie Sellerie Gorton Bleu? Ich zeige Ihnen jetzt gerade, wie es geht. Wir haben eine Sellerie-Gnolle gerüstet, das heisst geschellt und in feine Tranchen geschnitten. In Salzwasser knapp weich kochen lassen. Jetzt belegen wir diese Sellerie-Scheiben mit Käse und einer kleinen Tranchen Schinken. Befestigen Sie mit einem Zahnstocher. Dann wenden wir unsere Gorton Bleu zuerst im Mehl, dann im Ei und im Paniermehl. Und bröten Sie dann auf beiden Seiten schön goldgell. Wir servieren unsere Sellerie-Gordon Bleu mit einem Salat. Sie wissen ja, das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Eine gute. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. Modische Herrenhemper in verschiedenen Modellen und Farben gibt es bei Coop zu einmalig günstigen Preisen. Zu 19 und zu 22 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Kuchenteig 250 Gramm statt 1 Franken nur 80 Krabben und 500 Gramm statt 1,80 Krabben nur 41 Krabben. Blätterteig 250 Gramm statt 1,10 Krabben nur 90 Krabben und 500 Gramm statt 2 Franken nur 1,60 Krabben. Coop-Fleisch-Basteten, Delikatesse-Kalbfleisch oder Schinken statt 1,35 Krabben nur 1 Franken. Und nur morgen, über morgen und am Samstag 5 kg Vollwäschmittel Omo statt 15,90 Krabben nur 13,90 Krabben. 1 kg Feinwäschmittel Express Liquide statt 4,20 Krabben nur 23,90 Krabben und 2 Kilo Bleich und ein Pfleckungsmittel Enka statt 8,90 Krabben nur 7,50 Krabben. 500 Gramm Brüsseler Chikoré nur 1,90 Krabben. Und jetzt noch eine aktuelle Mitteilung. In Suchwil bei Solothurn eröffnet Coop morgen morgen das neue Coop-Zenter. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!